Hallo, mein Name ist Hansiwurst. Ich zeige euch heute die Top 5 Anfängerfehler beim Pokern. Fehler Nummer 1 ist das Nichtbeachten der Position. Ist man in der Setzrunde als Erster dran oder später? Am Button ist zum Beispiel die beste Position. Ein einfaches Beispiel. Hat man Asse, Könige, Damen, kann man das natürlich aus allen Positionen spielen. Hat man aber eine schwächere Hand, als Beispiel Zweier, dann entscheidet unter anderem die Position darüber, ob man die Hand spielen kann. Um ein gewisses Gefühl dafür zu bekommen, mit welcher Hand man aus welcher Position spielen kann, gibt es Ranges. Das heißt, man kann schauen, mit welchen Handkarten man beispielsweise aus früher Position, mittlerer Position oder später Position spielen kann. Wichtiger Zusatz ist natürlich, dass man auch auf die Chips gucken muss. Das heißt, wie viele Chips hat man im Verhältnis zum Big Blind? Das verändert auch nochmal die Starthände, die man spielt. Hat man viele Chips, spielt man mehr Hände. Hat man weniger Chips, spielt man auch wieder weniger Hände. Schaut es euch auf jeden Fall mal an bei solchen Ranges. Fehler Nummer 2 ist die falsche Setzhöhe. Als Neuling neigt man gerne dazu, seine starken Hände oder auch Bluffs viel zu klein zu setzen. Es passiert aber auch regelmäßig, dass ein Neuling seine starke Hand viel zu groß setzt und der Gegner eine Hand wegschmeißt, gegen die er noch viel mehr hätte rausholen können. Als kleine Eselsbrücke gebe ich euch auf den Weg, denkt an eure Strategie, aber auch an die Strategie des Gegners und passt daran eure Setzhöhe an. Das erleichtert euch vielleicht auch, wie viel ihr in den Pott investieren solltet. Fehler Nummer 3 passiert leider sehr häufig. Der Poker-Neuling neigt gerne dazu, plötzlich sehr passiv zu spielen, sobald ein Turnier in den Geldrängen ist. Sobald der Spieler es geschafft hat, ins Geld zu kommen. Falls ihr schon länger am Tisch sitzt und merkt, dass jemand money-scare ist, das nennt man, wenn der Spieler plötzlich Angst hat und passiv ist, weil er in den Geldrängen ist und vielleicht wichtige Preissprünge mitnehmen möchte, nutzt das als eure Waffe aus und spielt aggressiv gegen diese Spielertypen. Fehler Nummer 4 ist die Calling Station. Eine Calling Station ist ein Spieler, der sehr passiv ist, aber viele Hände spielt. Man kann auch grob zusammenfassen, dass eine Calling Station beim Poker einfach absolut überfordert ist. Es werden Hände runtergecallt, obwohl sie schon längst auf verlorenen Posten sind. Oder man spielt seine starken Hände auch sehr passiv und callt nur runter und gewinnt viel zu kleine Pötte. Die Calling Station findet einfach den Fold-Button nicht. Wobei ein Fold sehr spielentscheidend sein kann in einem Turnier und langfristig sogar gewinnbringend sein kann, wenn man einfach nicht durchcallt und große Pötte verliert, sondern einfach an der richtigen Stelle auch einfach mal den Fold-Button drückt. Fehler Nummer 5 ist eins der schwerwiegendsten Fehler, aber die auch nicht nur Anfängern passiert. Und zwar Emotionen. Die Emotionen sind beim Poker leider fehl am Platz. Es werden dadurch falsche Entscheidungen getroffen, weil man beispielsweise gerade verärgert ist über eine Hand, die davor passiert ist. Oder weil ein Spieler am Tisch einem nicht passt. Oder, oder, oder. All das macht rationale Entscheidungen sehr schwierig. Man sollte die Emotionen komplett abschalten. Das ist natürlich nicht einfach, aber wenn man ins Casino geht, vielleicht so daran denken, okay, die Emotionen, die lasse ich jetzt hier draußen. Oder wenn man den Online-Tisch aufmacht, jetzt schalte ich meine Emotionen ab. Wenn man das schafft, kann das langfristig gewinnbringender sein und auch gesünder. Man rauft sich nicht die Haare, man schläft besser, man ist nett zum Tischnachbarn, man zerstört seine Maus nicht. Also Emotionen abschalten. Habt ihr auch noch andere Anfängerfehler, die ihr noch ergänzen würdet in diese Top 5? Dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen und natürlich aktiviert die Glocke. Macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Outro 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 Outro